Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net Erklärvideo. Häufig haben wir Anfang Mitte Dezember ja schon einmal richtig Schnee und einen richtigen Wintereinbruch und schön weihnachtliches Wetter. Für die Kinder natürlich eine große Freude, den Schneemann zu bauen. Aber dann wird es plötzlich kurz vor Weihnachten oder um Weihnachten rum wärmer und der ganze Schnee schmilzt weg. Und dann war es das mit dem armen Schneemann, für den es ist viel zu warm. Habt ihr das auch schon erlebt? Das ist das berühmt-berüchtigte Weihnachtstau-Wetter. Aber was ist das eigentlich genau und was passiert da? Das sind Fragen, die wollen wir jetzt mal klären. Als erstes schauen wir uns eine Statistik vom Deutschen Wetterdienst an. Hier sind Daten aus den Jahren 1949 bis 2017 eingegangen. Und hier geht es um die Temperatur in Frankfurt am Main im Dezember. Und hier sehen wir schon, die nimmt kontinuierlich im Mittel eigentlich immer weiter ab. Anfang Dezember bis Mitte Dezember. Und dann, kurz vor Weihnachten, haben wir Temperaturen um die 2 Grad. Also Temperaturen, bei denen, wenn Niederschlag fällt, durchaus Schnee fallen kann. Und es sogar sein kann, dass der Schnee sogar liegen bleibt. Aber dann kurz vor Heiligabend, kurz vor Weihnachten, steigen die Temperaturen wieder an. Und erst nach Weihnachten sinken sie dann wieder entsprechend. Taut dann der Schnee über Weihnachten. Und das Weihnachtstau-Wetter macht seinem Namen alle Ehre. Aber warum ist das denn eigentlich so? Häufig stellt sich Anfang, Mitte Dezember eine Wetterlage ein, bei der wir schon mal einen richtigen Wintereinbruch bekommen. Zum Beispiel durch ein Hochdruckgebiet, das über West-Nord-Europa liegt. Das bringt uns dann kalte Polarluft direkt nach Deutschland. Und wenn wir dann auch noch Niederschlag haben, dann wird es richtig winterlich, weihnachtlich. Denn es gibt Schnee. Aber häufig kommen dann eben Tiefdruckgebiete von Westen her herangezogen. Und die bringen uns eben auch die recht milde Luft vom Atlantik. Der Atlantik ist noch recht warm, da der Ozean die Wärme besser speichern kann als die Landmassen. Dadurch kühlen die Landmassen schon ab, sind schon abgekühlt. Und der Ozean, der gibt erst langsam aber sicher seine Wärme an die Luft ab. Und die, die kommt dann zu uns nach Deutschland. Und der ganze Schnee, der schmilzt weg. Und das ist auch richtig gefährlich. Denn besonders, wenn es dann regnet und der Boden noch gefroren ist, dann gibt es vielleicht Eisregen und Blitzeis auf den Straßen. Das ist natürlich immer sehr gefährlich. Außerdem kann es gut sein, dass es Hochwasser gibt. Denn da der Boden gefroren ist, wenn es dann noch regnet, kann das Wasser natürlich nicht versickern. Hinzu kommt dann auch noch das Schmelzwasser. Besonders auch teilweise aus den Mittelgebirgen. Und dann steigen natürlich die Pegel der Flüsse deutlich an. Das Weihnachtszauberwetter fällt aber in Deutschland nicht immer gleich aus. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es eintritt, liegt regional unterschiedlich bei 60 bis 70 Prozent. Also häufiger als alle zwei Jahre haben wir Weihnachtszauwetter. Es handelt sich also um eine meteorologische Singularität, ein Wetterphänomen, das regelmäßig auftritt. Wenn wir uns nun die aktuelle Wettersituation anschauen, dann sehen wir schon, hier haben wir schon jede Menge Tiefdruckgebiete. Die bringen uns eben auch schon direkt die milde Luft vom Atlantik. Also ist es bei uns auch im Moment relativ mild. Entsprechend haben wir in vielen Regionen gar keinen Schnee, der wirklich wegtauen kann. Allerdings Anfang, Mitte kommender Woche könnte das schon etwas anders aussehen. Besonders im Süden des Landes und im Südosten fallen dann auch mal Schneeflocken. Ganz so schön wie auf dem Bild wird es wohl nur in den höheren Lagen aussehen. Aber immerhin wird es etwas weihnachtlicher. Allerdings gibt es auch häufiger mal Regen und Schneeregen und auch schon mal Gefahr für Blitzeis. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht den Wetter.net-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.